Darüber wollen und müssen wir sprechen mit Norbert Röttgen, CDU, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Herr Röttgen, das war ja eine Offensive mit Ansagen. Es war jetzt nicht so, dass das völlig unvorbereitet kam, aber trotzdem in der Vehemenz und auch in der Tonalität muss es Sie doch ein bisschen erschüttern, oder? Ja, erschüttern tut es. Aber in dem Augenblick, in dem der amerikanische Präsident das Signal gegeben hat, die amerikanischen Truppen oder die wenigen, die doch noch sind, werden dieser Invasion nicht entgegenstehen. Da war klar, was passiert. Nämlich sehr rasch genau diese Invasion, welches Ausmaß sie annimmt und so weiter, das ist noch nicht ganz klar abzusehen, aber sie ist gewaltig, gar keine Frage. Also es war mehr oder weniger, so formulieren Sie es nicht wörtlich, aber eine Einladung an Erdogan, jetzt dann diesen Punkt zu suchen. Er war ja länger schon bereit, das zu tun. Also Einladung, das war die Zurücknahme des Widerstandes und sozusagen das war der Dammbruch. Und in dem Augenblick, in dem dieser Damm gebrochen war, war klar, was passiert. Okay, jetzt wird das kompliziert für uns alle. Türkei ist NATO-Partner. Man sieht das an der Reaktion von Generalsekretär Stoltenberg, der Verständnis geäußert hat für die Sicherheitsbedenken. Was ist jetzt eine angemessene Reaktion in der Tonlage auch der Europäer und der NATO? Nach meiner Einschätzung ist Realismus die angemessene Tonlage. Die Türkei ist NATO-Mitglied. Sie ist von einer strategischen Bedeutung gerade auch für die Europäer, auch für die NATO. Aber genauso klar ist, dass diese Invasion auf fremdes Territorium ohne Rechtfertigungsgrund ist, eine völkerrechtswidrige Aggression darstellt. Das ist schwierig für den NATO-Generalsekretär über sein eigenes Mitglied zu sagen. Aber mindestens mal europäische Regierungen und andere sollten diese Klarheit finden und es so aussprechen, was es ist. Ansonsten wird nämlich das zu einem Mangel unserer eigenen Glaubwürdigkeit. Okay, also zu der Glaubwürdigkeit gehört dazu, es als das zu bezeichnen, was es ist. Und jetzt kommen wir direkt wieder zu Herrn Erdogan zurück, denn der hat nicht nur die militärische Offensive gestartet, er hat auch heute im Laufe des Tages den Europäern gedroht. Nämlich, wenn sie es als Invasion bezeichnen und dagegen vorgehen, hat er gesagt, hey, EU, wach auf. Aufwörtliches Zitat, ich sage euch erneut, wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach. Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen werden zu euch kommen. Die Aufkündigung des Flüchtlingsdeals, können wir das riskieren? Wir können jedenfalls überhaupt nicht akzeptieren und auch riskieren, dass wir uns von Herrn Erdogan vorschreiben lassen, die Wahrheit nicht auszusprechen und die Realität nicht beim Namen zu nennen. Denn dieser Appell von Erdogan ist ein Grund mehr, als Europäer und als Westen darzustellen, dass das keine Ebene ist, auf der Europäer agieren. Übrigens, es kommt noch erschwerend hinzu, dass ja diejenigen in der Türkei, die die Politik kritisieren, das, was er sich verbittet von den Europäern, die das als türkische Bürger machen, ja heute schon ins Gefängnis gewandert sind. Vor allen Dingen die kurdische Opposition, der HDP, deren Führung sowieso schon seit langem im Gefängnis sitzt und die neue Führung ist jetzt wieder ins Gefängnis gekommen. Es ist ein Grund mehr, deutlich zu machen, die Sache beim Namen zu nennen. Und auch, und zwar im Wissen darum, dass die Türkei und Erdogan die Europäer braucht. Wir haben auch Interessen, aber ich würde fast sagen, die Türkei braucht Deutschland und Europa mehr als andersherum. Okay, das würde natürlich jetzt wieder in Ankara bestritten werden, aber das... Das stimmt, aber Sie wissen es trotzdem mindestens so gut wie wir. Okay, jetzt kommen wir noch. Interesse ist ein guter Stichwort, das sollten wir auf jeden Fall noch wahrnehmen. Es gibt sehr viele Interessenlagen. Es gibt auch Russland. Die Russen haben jetzt gerade durch Herrn Lavrov, den Außenminister, nochmal Verständnis geäußert für das türkische Vorgehen. Die Russen sind auch die Schutzmacht von Herrn Assad, der im Grunde genommen jetzt auch in ein Vakuum reingehen könnte. Wohin bringt uns das? Für Russland ist das amerikanische Verhalten ambivalent. Einerseits ist es ein weiterer Schritt des Rückzugs, was die Russen mehr in diese Region reinbringt und die Amerikaner weiter marginalisiert. Gewissermaßen die Zerstörung, die Selbstzerstörung amerikanischer Glaubwürdigkeit, indem sie den engsten Verbündeten, der mit Blut bezahlt hat für den Kampf gegen IS, hängen lassen, im Stich lassen, fallen lassen. Das spielt den Russen in die Karten. Andererseits bringt es Russland in einen Konflikt, denn die Kurden brauchen nun neue Verbündete. Assad hat sich schon angeboten und insofern wird auf diese Weise durch die neue Konstellation des Konfliktes Russland in den Konflikt gebracht, zwischen Assad und Türkei irgendwie sich hin und her zu manövrieren. Dass selbst Russland, das eher Destabilisieren dieser Region wirkt, kann mit dem Schritt der Amerikaner nicht zufrieden sein, was sehr viel über die amerikanische Politik leider aussagt. Okay. Unser Schlusspunkt vielleicht mit einer Ja-Nein-Antwort. Viele schlagen vor eine UN-Sicherheitszone. Die Kurden haben vorgeschlagen, zehn Kilometer zurück von der türkisch-syrischen Grenze. Ist das unsere Lösung? Könnte sie es? Das wäre etwas, was wir unterstützen sollten. Ich bin dafür, dass wir statt militärischer Gewalt eines Staates zu einer internationalen Lösung kommen. Okay. Wir wollen schauen, was der Tag bringt. Vielen Dank, Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Danke für den Besuch hier im Studio. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.